www.feyyaz.de 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 Hey, was ist es? Es ist auf der Waffenbauer. Ja, da haben die mehr gemacht, das sag ich dir. Wie man da lang ist. Das ist doch ein Dachspeicherofen. Hier sieht man mal, die haben gerne Brandstiften gemacht. Hey, hab ich das vorgelassen? Da, Kabel. Kabel raus, das Ding. Ja, das sehe ich. Hier ist auch das Klo. Und, haben die die Toilette gesprungen? Keine Zeit mehr. Aber auch mit Strom gemacht. Ich kriege alles über Sturm. Auch Nachsprecher. Hm? Ja, Nachsprecher. Also, die war da, altes Telefonsystem. Ja. So, da haben wir auch nochmal. Die haben es aufgebrochen, um dann in die Kabel zu kommen. Deswegen. So, altes Rohrsystem. Da müsste eigentlich, äh, Ding sein. Heizung. Das war das Heizungssystem. Und da. Ja. Ach du Scheiße. Also da hat jemand Brandstifter gespielt. Aber heftig, Brandstifter. Du riechst dir ja sogar noch den Brandgeruch. Ja, immer noch. Das ist ja krank. Ja, wegen am Plastik. Guck mal wie das ja alles gekonnt hat. Nicht nur. Der hat das noch reingeschmissen. Ja, ja. Jetzt. Was ist denn ein Typ war das? Die machen sich ja... Guck mal. Ja. Wegen am Sprühen. Hier, Feuer. Ja. Ja. Bommeln. Da haben wir da am Schluss noch. Da haben wir auch nochmal. Da ist der Stromkasten. Hier stinkt alles zu. Das stinkt ganz schön. Passt. Durch. Fertig. Pl 빼ch. diablos.